Die OKR-Szene macht sich durch ihre Tendenz zur Abstrakteon schwer zugänglich. Wenn man dir sagt, dass die Objectives qualitativ und die Key Results quantitativ beschrieben werden sollen, dann ist das in der Praxis nicht immer eine Hilfe. Ich schlage vor, dass wir die Bezeichnung im Hinterkopf behalten. Dies wird verständlicher, wenn wir OKR einfach praktizieren.